Wieso habe ich keinen Ton? Ich würde gerade eine Workbench bauen, aber dann hätte Jonah mich, glaube ich, erschlagen. Wenn es schiefgegangen wäre, ja. Nein, ich habe nicht daran gedacht, dass wir eigentlich noch hier eine drin haben im Haus. Hier ist mehr. In die Richtung, wo du gestorben bist. Hier ist mehr. Echt? Ganz viel mehr. Voll geil hier. Voll cool. Ja, echt cool. Da ist eine Kuh. Wir brauchen keine Kühe. Ich weiß, aber das ist ganz schön cool. Oh, da oben scheint eine Kuh, also hier unten scheint eine... Ach stimmt, da war eben noch eine Kuh auf dem Baum oder da und ist runtergefallen. Da liegt jetzt das Fleisch und das Leder. Das geh ich mal holen. Mach das. Mach das doch. Mach das doch. Mach das doch. Wie ja geil. Ich muss direkt den Leotier-Mod abbauen. Oh, eine Bitch. Eine Bitch. Ich dachte, du wärst zu Hause, Eve. Oh, oh, oh. Ja, ich habe meine Schwester mal freigelassen. Oh. Hast du auch nicht Geschwister? Ja. Sind die älter? Nein. Oh, man ist zu alt. Oh. Alter. Nein, du schießt auf mich. Wo ist mein Schwert? Ich habe kein Schwert. Ich habe kein Schwert. Oh mein Gott. Ich habe kein Schwert. Oh. Ich habe kein Schwert. Oh. Ich habe kein Schwert. Aua. Es fällt dir ein, du. Du kleiner Schlawiner, du. Also nicht Schlawiner, Schlawinski, sondern halt nur so. Schlawiner. Ach, was ist denn jetzt hier auch mehr? Was soll denn die Kacke? Also nach diesem Berg. What the fuck? What the fuck? Oh Gott. Ach, die Kacke. Ey, Alter. Lass mir doch meine haarigen Nüsschen, ey. Ist kaputt. Ja, da hat mich gerade wieder so ein doofer Bastard hier. Einen Creeper. Erschrocken. Warum ist denn da auch mehr? Was soll denn jetzt die Kacke? Da muss ich ja ganz nach. Ist halt nach Norden. Da rufe ich jetzt eben Richtung Homburg, ja. Bist du da nicht eh? Das stimmt. Ach, nö. Nicht schon wieder ein Creeper. Ach, Mann. Langer und gib mir die auf die Eier. Die vermissen den Schlawinski. Dann müssten sie ein anderes Obhaben zum Ärgern. Ja, aber die können vermissen sie ihn weiter ärgern. Also nun hast du deine Tage gerade bekommen oder was? Da kam ein Creeper runter. What the fuck? Ja, das hat der Creeper garantiert auch gesagt. Ja. Ja. Oder im Wasser. Ja. Oh, Mann. Es juckt. Dann musst du dich mal waschen, Mann. Ja, muss ich auch. Schon wieder drei Wochen nicht geduscht und so, weißt du? Boah, Alter. Uah. Halt's auf. Allein dieser Gedanke, ey. Nein, ich habe gestern geduscht. Auch schlimm. Ähm. Warum auch schlimm? Jeden Tag. Ja, heute dusche ich ein. So, hier ist die Megawiese, die du meinst, du hohe Bratze, ey. Oh. Das ist aber ganz schön weitläufig, ey. Tja, der Zombie, der versucht sich als Skelett zu tarnen. Darf der aber nicht, ne? Ne. In meinen scharfen Adler Augen geht nichts. Sagte der Typ mit der Brille. Oh, Mann. Hm. Ey. Irgendwie gibt's hier keine Schafe. Ich weiß auch nicht. Weißt du, kaum ist Jonah weg, schon wird's ruhiger. Vanus, der Wahnsinn. Hä? Unfassbar. Hä? Hä? Ah! Ah? Das ist ein Super-Sexy-Zombie Ne, ich bin jetzt hier gerade wieder in diesem geilen Schneegebiet mit diesen mega krassen Bergen Achso, wo wir gewesen sind Genau Boah, das ist geil auch mit da, wenn jetzt Tag wäre das wäre viel geiler Aber da bin ich nicht gestorben, das war woanders Ja, aber ich bin einmal ich glaube in Richtung Süden oder im Osten Okay Und da war bei beiden Seiten immer nur noch mehr Kommen wir hier noch Oh lol, okay Ist die Lava? Ja, da ist Lava Was wir da irgendwo noch lang holen Pool Gylon Ist hier gerade irgendwas längst geflogen bei mir? Oh, das schnicht I don't know Ja, wir haben hier irgendein Gebiet das keine Schafe beinhaltet Doch, wir haben hier mal Schafe gehabt, das weiß ich Ich finde keine Schafe hier Hier gibt es nur diese verdammten Hühnere Und ich mag keine Hühnere Ich suche jetzt auch mal Schafe jetzt gleich Oh, hier ist schon wieder mehr Würdest du mich eigentlich Völlig jetzt verarschen Aber hier ist immerhin Sumpf Möchte ich nicht Im Sumpf ist eigentlich auch Schafe Eigentlich sind eigentlich auch Schafe Die sind Schweine Ich brauche euer Fleisch Ganz verhungere ich Ja, vielleicht gibt es hier irgendwo im Sumpf Entweder Schafe Äh, oder Slimes Ja, Jonah braucht auch Slimes, ne? Ich mein, ich hab 64, glaub ich mal In der Truhe hier im Feld Wo hast denn so viele her? Die hab ich vom Sumpf Ach so Vom Sumpf Sumpf Aber nicht aus dem Sumpf in deiner Hose, ne? Nee, da kommt sowas nicht mehr raus Ist alles trocken Kein Sche... Oh Gott Das hat aber dann gebraucht Jetzt, Junge Weil ich mich gerade über ein Schaf gefreut hab Und dann auf einmal so ne schockierende Nachricht Skandal Im Hühnerstall Im Sperrbezirk Skandal Ach, da ist schon ne Wackel drauf Hast du irgendwie schon ein Schaf? Weil momentan hab ich nur eins Und ein Schaf bringt nicht so mega viel Aber bring's trotzdem mit Ja, ich such grad noch hier weiter ab Weil der Sumpf ist nicht gerade groß Ach komm schon Jetzt ja, Mensch Alter, wir hier nur noch Birken sind, ey Krase Chance Voll geil Ne, eigentlich nicht geil Weil ich Birken nicht so sehr mag Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ist auch nicht so Ja, Birken weiß ich nicht Ist auch nicht so Sag, ich weiß nicht Ja, dann sind wir wer auf PS Ah, jetzt Oho, oh Oho, oh 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 Oho Los, los Schafos, komm mit. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das bis nach Hause schaffe mit einem. Was bist du? Weil wir müssen erst noch einen Abstecher im Sumpf machen und dann da den achten abholen. Hallo? Hallo? Die sind immer so eigenwillig. Mäh, mäh. Ihr seid jetzt meine neue Familie. So, kommst du auch noch mit. So, und jetzt tapern wir gemeinsam nach Hause. Halt, da haben wir jemanden verloren. Mitkommen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben habe ich hier, okay. Nachzügler, Tanz an. So Leute, aufpassen, hier kann man runterfallen, ist tief. Weh, du fällst da rein, du dobes Schaf. Boah, das sind 1000 Meter. Nein! Ach, du scheiß Drecksschaf. Das kann noch ein weichen Daumen, bis ich hier zu Hause bin. Tanz an jetzt hier, ey. Das steckt mir einfach den Arsch hin. Mann. Ich möchte nicht an Schafärschen riechen. Ja, glaube ich besser als, ähm, Kuhärsche. Dein Arsch. Das sowieso. Okay, dein Arsch, Kuhärsche. Als Maul, ja? Hallo? Nein, war Spaß. Ich komme nach Hause. Oh Gott, ich bin so müde. Wann? Boah, der Wald, ey, der ist so dicht über dir in der Hose, ey. Woher willst du wissen, wie das da aussieht? Internet? Ja, ja, ist klar. Ich werde nicht wissen, wie du den da gesehen hast. Boah, jetzt hängt das da im Baum fest. Sag mal Schaf, willst du mich nicht völlig verarschen? Verarschen kann ich mich auch selber. Ey, du gehst gleich drauf, du Dreckschaf. Tja, das ist dir, glaube ich, noch nicht ganz bewusst. So, alle Augen auf mich. Der Mann mit dem Weizen ist da. Nicht weglaufen. Ey. Ey, du. Genau du. Ach, Mann. Wie soll ich mal Markus fragen? Nein. Verdammt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Oh, jetzt muss ich mit den Schafen auch noch schwimmen. Kraul mir doch einer die Eier. Da würdest du keinen freiwilligen Fühnen, der das macht. Doch deine Mutter. Ähm, nein. Oh, ich fand das so lustig, Alter. Was die wohl von mir gedacht hat mit der Sprachnotiz. Was meint sie da eigentlich nochmal? Sie hat gelacht. Einfach nur gelacht, die Pussy. Okay. Ja, die muss sich doch aufs Autofahren konzentrieren. Ja, nee, das meint ich auch gar nicht. Ich meinte nur die Pussy. Also. So deine Mutter so. Warum nicht? Nee. Nee. Mmh. Saya. Sie hat sie gerade lacht.